Ja, irgendwie da oben, aber wie soll das gehen? Und wieder was freigeschalten. So, hier bin ich hergekommen und dann gehe ich auch zurück, weil ich will diese blöde Taste loswerden. Vielleicht gucken wir nochmal auf der Karte. So, ich will in diesen Raum. Wie komme ich da rein? Da. Ah ja, komm. Da sind wir doch. So, cool. Dann benutzen. Zock. Ja, das wird... Was ist das dann aber? Die zwei, ne? So, dann hätten wir das gelöst. Tresor. Okay, Tresor brauchen wir nicht. Dann Schließfachterminal. Waffenschrank. Achso, dann können wir nicht öffnen. Ah, so kann ich das switchen. Sehr gut. Der Wagenheber, Ventil, Kombinationsschloss. Ah, da müssen wir wieder hoch, ne? Das war im zweiten Stock und hier war dann auch nochmal Kombinationsschloss. So, was probieren? Probieren. Warte. Wo muss ich her? Hier, ne? Ja. Hallo. Da muss ich da bleiben. So. N, E, D. N gibt's schon mal hier nicht. N, E, D. M, R, G. Gibt's ja auch nicht. Warte mal, wir haben insgesamt sieben Namen. Ähm, wie viele Kombinationen sind denn da möglich? Das sind einige. Ich glaube, da muss man einen Tipp bekommen. Ich glaube, das geht so nicht. Ich bin gespannt, wo sich die Claire die ganze Zeit rumgetrieben hat. Das können wir ja auch noch später dann spielen, die Story mit Claire. Das finde ich auch sehr cool, dass es halt die Möglichkeit gibt, mit beiden zu spielen und dass beide unterschiedliche Geschichten sind. Achso, das war zu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo dieses Fenster war. Es war eigentlich noch eins offen. So, ich glaube, mit dem Schlüssel hier oben Ich wollte noch mal schauen. Das war doch auch eine Peak-Tür, oder? Ja. Benutzen! Ist das jetzt auch der Ost-Teil? Ach, guck mal, die Bibliothek. Ja, cool. Dann brauchen wir echt nicht mehr so weit rumlaufen. Gab's dir jetzt noch eine Tür? Ja, wir müssen jetzt irgendwie hier hinten durch. Ach, guck, genau. Alter, das Ding, das ist doch uralt. Warum verschwende ich eigentlich Munition? Oh, warte, war hier nicht auch noch was? Oh, das ist ein Tresor, ne? Hm, eine Nummernkombination habe ich halt leider noch nicht gefunden. So, sehr schön. Ach, guck mal. Tatsächlich, soll ich? Also, das Spiel wird mich ja nicht anlügen, ne? Wobei, sofern ich noch Platz hab. Was? Ist jetzt gerade ein Flugzeug reingestürzt? Heftig. Ich bin gespannt, was da gleich passiert. Moment. Aber erst mal will ich noch hingucken. Oh. Und jetzt? Hä? Lass den noch drin. Ah, da fehlt nur irgendwas zum Tragen, ne? Ein Zepter. Ah, ne, Zepter hat er vielleicht ein Buch? Weapons Locker Keycard. Nice one. Ich weiß, wo ich das benutzen kann. Der rote Stein. Aha, irgendein Stein wird versteigert. Ich weiß nicht. Soll ich das eigentlich immer durchlesen? Oder ihr drückt einfach Stopp, wenn's euch interessiert. Ich überfliege den Text immer und versuche, das Wichtigste rauszulesen. Na klar, fehlt da was. Oder? Geht's mit nem Messer zu? Ne, ne? Leider nicht. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, was hier hinten ist. Erstmal Crowd, aber ich bin sehr, sehr gesund. Ey, krass, hier ist echt ein Flugzeug rein. Ne, ein Hubschrauber. Lol. Wieso ist der so dumm und stürzt denn ab? Alter. Hey! Leon? Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam, wie hast du nichts? Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen? Tut mir leid. Nein. Hm. Hm? Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Wuhu! Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Ah ja! Er verschwinde hier. Jetzt! Ja, ihr macht das Smalltalk. Hey, lass uns das durchstehen. Beide hier. Manch, irgendwie ein bisschen komisch. Ich hab hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin. Hey, guck mal, das kann man doch stacken. Marvin. Verdammt. Nein. Hä, das Inventar ist... Ach, guck mal, das sind keine Plätze. Als ob, das geht zu stacken. Warte mal, gehen die Messe auch zu stacken? Mensch. Wieso zwitscht der immer zurück? Ich glaub, mein Controller... Nee, das geht nicht. Der Joystick von meinem Controller, der hat halt irgendwie eine Macke. Geil, jetzt können wir die ganzen Türen aufmachen. Oh. Nein. Boah, ist der hässlich. Scheiße. 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 Woaio. So, hier, Mama zu. Schön, ne? Vielleicht hätte ich mir das sparen können, hier den Heslon da zu töten. Ich darf das sagen, das sind einfach nur hässliche Zombies, ja? Woaah. Komm mal raus. Da geh ich erst hier rein. Woaah. Ach, guck mal, hier bin ich. Hä? Hä? Großartig. Mein Gott. Hä? Wo sind wir hin? und ganz schnell. Da. Auch noch hier? Ne, da kommen die nicht her. Geh, das sieht aus wie Gras. Also, du wirst schon, ne? Dope. Schön vorbereitet. Klein gehäckselt zum Join drehen. Okay. So langsam wird's kritisch. Ja, geil. Hallo. Hallo. Komm ruhig rein. Warte hier. Okay, jetzt ist er durch. Oh nein. Oh nein, warte, warte. So. Aber man erkennt echt nicht, ob die tot sind, so wirklich. Kein Platz. Ach so, jetzt können wir das doch aber mal dann wegwerfen, ne? Äh, bitte nochmal. Ja. Hallo? Oh mein Gott. Dieser Joystick, ne? So. Dann haben wir jetzt Platz dafür. Ich weiß noch nicht mehr, wo es war. Was ist hier? Elektroteil. Das ist so cool. Oh, ich kann's leider jetzt nicht benutzen. Elektroteil. Warte mal, wo war das? Hier war das doch. Hm, was soll ich denn jetzt wegwerfen? Wichtiges Objekt. Komm, wir nicht ausrüsten. Ich brauche das. Ich weiß, es war jetzt vielleicht ein bisschen unklug, aber... benutzen! Oh, cool, dann können wir jetzt auch da durchlaufen. dann gab es doch hier irgendwo noch was. Und hier hinten war auch noch mal Pulver. Alter, mach doch nicht so ein Radau! Oh, was ist das denn? Oh, hoch! das ist ein anderes. Ja, müssen wir uns halt mal merken, dass es da ist. So, zeigt er uns ja auch an. Ist ja cool. Tresor. Waffenschrank. Da könnten wir eigentlich noch mal hingehen. Schließfachterminal. Tresor. Kurbelvertiefung. Aha! Etage 2. Das war mit dem Wagenheber. Ventil. Ähm, ja, bei dem Ventil könnte man eventuell auch durchgehen. Ganz oben war nichts mehr. Aber vielleicht gehen wir erstmal hier hinten hin. Wie kommen wir denn am schnellsten daher? Indem wir durch die Eingangshalle gehen. Äh, nee, war schon richtig hier. Warte mal, Moment. Ich dachte, hier hinten wäre noch was gewesen. Du blöd Mann, das tat weh. Gut, dann können wir direkt das Zeug da nehmen. Aber was war denn noch übrig? So, ich will nochmal hier hinten langlaufen. Wow! Oh mein Gott! Ja, nice. Ja, allerdings wie der läuft warum? was labert der? ja keine ahnung war das nicht hier? ah ja genau oh schön hier kann ich erst mal zu meiner kiste gehen das kann ich das brauche ich nicht so das heilende Objekt wir machen jetzt mal das rote Kraut mit grünem Kraut zusammen stell die komplette Gesundheit wieder her nice verstauen so das machen wir direkt bei dem auch Moment vielleicht sollte ich das Steuerkreuz einfach nehmen geht besser so und verstauen aber das stackt er leider nicht hier ah guck mal kann ich wegwerfen nö geht nicht warum auch immer oder geht's egal jetzt oder so zack und dann gehen wir jetzt hier hinten durch holen wir uns erst mal aus dem was war das ach guck da hinten war das Fenster boah ich glaube das war's oder was nicht verdammt ach ja Kollege uah hat hat Vielen Dank.